Annas Geheimnis Knisternder Windelflirt mit dem Chef Anna kann ihre Augen nicht von ihrem neuen Chef, dem gut aussehenden Rechtsanwalt, lassen. Ebenso heimlich, wie sie in Alexander verliebt ist, trägt und benutzt sie während der Arbeit ihre Windeln. Niemand weiß davon, so glaubt sie fest, und ahnt aber nicht, dass ihr Diaper-Fetisch längst auf erotisierende Weise aufgeflogen ist. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de